Sie sind hier, 7. Juli 2018, 18.40 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Skispringer, Severin Freund erlitt bereits 2 Kreuzbandrisse, Urheberrecht gett die Images, ein Jahr nach seinem 2. Kreuzbandriss beginnt Severin Freund wieder mit dem Sprungtraining. Es ist der erste Schritt zu einem Comeback im Winter. Skispringer Severin Freund ist nach seinem Kreuzbandriss auf die Schanze zurückgekehrt, so begeistert. Es ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber ich springe wieder. Nach einer zu langen Auszeit ist es gut, wieder in der Luft zu sein, schrieb der 30 Jahre alte Ex-Weltmeister auf Twitter, wo er auch ein Video von seiner Rückkehr postete. Twitter.com-severinfreund-status-1015241562123653120 Freund, Team Olympiasieger 2014, hatte sich im Sommer 2017 seinen 2. Kreuzbandriss zugezogen und dadurch die gesamte vergangene Saison sowie die Olympischen Winterspiele 2018 verpasst. Untertitelung des ZDF, 2020